Nach dem angekündigten Rückzug von Norbert Walter-Borjans von der SPD-Parteispitze hatte sich Co-Chefin Esken zunächst noch offen gelassen, ob sie die Partei weiterführen will. Nun hat sie sich entschieden. Sie wolle ihre Bewerbung für das höchste Parteiamt erneuern, sagte die SPD-Politikerin der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten. Esken führt die Partei gemeinsam mit Walter-Borjans seit 2019. Beide waren damals bei einer Mitgliederbefragung als neues Spitzenduo nominiert worden. Nicole Konert in Berlin. Ist denn mit der Entscheidung ein Kabinettsposten für Esken in einer möglichen Ampelkoalition vom Tisch? Ja, das sieht ganz danach aus, dass sie sich damit mit dieser Entscheidung gegen ein Ministeramt erst mal entschieden hat. Sie wurde ja vor die Wahl gestellt innerhalb der SPD von unter anderem Wolf Mützenich entweder oder entweder Parteivorsitz oder ein Ministerposten, beides geht nicht. Und jetzt hat sie mit der Bekanntgabe, dass sie weitermachen möchte, ganz klar eine Richtung angegeben, in welche Richtung sie gehen will, also Richtung Parteivorsitz. Ziehen wir mal eine kleine Bilanz. Wofür stand die Arbeit von Esken in den vergangenen zwei Jahren? Ja, Saskia Esken stand zusammen mit Norbert Walter-Borjans eigentlich dann die letzte Zeit für den Burgfrieden in der SPD. Also die haben garantiert, dass sich die Lager nicht mehr zerstreiten. Sie kamen ja vor zwei Jahren dahin, da gab es wirklich Flügelkämpfe. Die Partei war innerlich so zerstritten. Und jetzt gibt es dort Frieden. Man hat, und das war vor allem im Wahlkampf zu sehen, man ist gemeinsam aufgetreten. Und dieses Gemeinsam möchte Saskia Esken auch weiterführen. Also es ist ein klares Signal, in welche Richtung es weitergehen soll in der Partei. Bleibt die Frage, mit wem? Norbert Walter-Borjans hat ja schon angekündigt, nicht da neu zu kandidieren. Wer könnte sein Nachfolger werden? Gibt es da schon Namen? Ja, also seit gestern kursiert ja ein Name, besonders Lars Klingbeil, der womöglich sich aufstellen lässt. Der hat es nicht klar bekannt gegeben, aber auch nicht dementiert. Und so sieht es danach aus, dass er womöglich kandidieren wird. Und so hätte man wieder eine Doppelspitze, einen Mann und eine Frau, jünger, älter und aus verschiedenen Lagern. Also Saskia Esken steht ja für den linken Flügel der SPD. Lars Klingbeil gilt als Pragmatiker. Und so hätte man beide Lager vertreten und hätte das gut austariert. Und so könnte eine mögliche Doppelspitze der SPD in Zukunft aussehen. Nicole Konert, vielen Dank.